Hallo und Herzlich Willkommen zu neuen Folge der Session mit Syndicate und der Typ hier, oder die hier, hat gerade einen Kumpf von uns getötet. Das kann nicht sein. Da müssen wir natürlich rechnen. So, der Zug wäre ja auch voll gerade. Hieß es ja vorhin, bei der letzten Folge. Soll ich den Zug gehen? Das hier. Das hier, oder? Ja. Das Ding ist natürlich, wenn wir den Zug holen, müssen wir da hin nachher. Guck, wir können zum Bahnhof. Okay, wir gehen zum Zug. Aber um mal den, ähm, Tesor zu lernen, da können wir auch dann neue Items kaufen. Oh, man kann ja was Neues dabei. Verdiene ja, gut. Okay. Ja, wenn man natürlich zuerst in der Gruppe zum Tosen nahe bringt. So, wow. So viel Geld dabei gewesen. Ähm, so kurz schauen, wo wir jetzt hier sind. Ich bin sogar echt überlegt, ob wir jetzt sogar die Quests machen sollen. Oder auch mich hier zuerst weiter aufräumen. Ich bin nicht sicher, was ist Hauptquest? Warte mal, Legende. Erinnerungen, Aktivitäten, Sympathisanten. Also die Goldigen müssen wohl die richtigen Quests sein. Okay, okay. Warte mal. Okay, wir machen, mal zuerst mal diese Quest hier. So, wir reißen das zweite Mal in der Folge. Okay, weil wir es können. Oder machen wir diese Quest mal, oder? Die ein bisschen abseits vom anderen. Da gehen wir wieder zurück und räumen da wieder ein bisschen auf. Wir haben nicht so viel zu sammeln. Ja, wir sind jetzt schon fast durch. Jetzt fällt mir grad ein, wir haben da bei der Temse ja noch diesen Glitch, den wir noch nicht geholt haben. Hm. Okay, gehen wir hin. Hier hin. So. Und runter. Ja. Und runter. Ja. Und runter. Ja. Ja. Und runter. Ja. da ist alles ich brauche nicht 24.000 und warte mal jetzt muss ich kurz was machen inventar waffe aber wieso kann man den kaufen schon so ein paar sachen freigestand sehe ich jetzt schon play was steht da hier ist exe blo und so ist es okay sachen gibt es auch Von Handschuhen gibt es nicht das Beste, also ok. Pistolen, Schaden ist die Hammer, ne. Ob Umhänge jetzt. Plus 2, 2. Ich mache es besser. So. Ob Umhänge ist gut, Monturen. Oh, was? Ich bringe den errichteten Nackenstrahl um 10%. Boah, ich will mir Bolzen tragen können. So, die Farbe musste jetzt, ne. So alles ähnlich aus, irgendwie. Sieht nice aus. Sieht auch schön aus. Ich dachte so. Äh. Wir haben jetzt alles geholt, oder? Gibt es nichts mehr? Ja. Kann ich schon. Hm. Alles schlechter. Ich habe ja wirklich nichts ausprobieren. Ich kann nichts Bestes mehr haben. Tragaba. Schusswaffen, da kann ich nicht steigen, da können wir die noch holen. Boah, schau mal an die Genauigkeit jetzt. Ja. Na kein Wunder, ich bin doch der einzige wahrscheinlich, der so in Massen bei dir einkauft. Äh. Ja. In diese Richtung. In diese Richtung. Ja. So. Oh, ja. Ja. Na gut. Ja. Ja, gut. Wenn man aus dem Tod hinaus wieder die Kugeln bekommt, die man gerade verbraucht hat. naja kann ich sagen ob es toll war ich habe trotzdem zwei schüsse gebraucht um die nieder zu stecken das wieder auf meine geliebten dolche 31 jahren ist ein mehr sicher was vor ihnen ok muss sein angezeigt habe gerade die absagen verpasst ich wollte ihnen für ihre hilfe bei der kopfgeldjagd danken wirklich sehr beeindruckend was sie erreicht haben und ich wünsche ihnen viel glück für ihre zukunft ja okay jetzt ist die frage natürlich das war es jetzt die sache das war es echt ok muss ich das verstehen ok holen müssen glückschitz ich dachte es sei eine quesse das ist nur so beendung ja danke vielmals für deine jungen und fertig tschüss ähm ja ja gut etwas ich bei meinen letzten quesse heißen können das ist für mich ein bisschen so jetzt gerade ich habe gleich ein bisschen nicht nachvollziehen warum das so jetzt ist wie es ist naja es wird schon den sinn haben so und jetzt müssen wir dein ein bisschen naja es ist keine schubere schnuppere keine schubere war der ja ich will keine schubere war jetzt hier infizieren So, wir kommen hier genau direkt dran vorbei wo wir hinmüssten. Ok, der Mond sieht auch speziell aus. So, da drüben ist das Ziel. Ok, wir müssen den Masten hochklettern, das haben wir schon. Ok, dann habe ich alles hier, ne? Ja, wir haben alles. Gut, dann zum Bauhof. Ich weiß, schon wieder eine schnelle Reise. Aber ihr wisst doch, alle gute Trinkterei, das wird die letzte schnelle Reise sein. Für diese Folge, das tue ich euch natürlich auch für Sprechen. Und dann habe ich schon wieder gedacht, das Zugversteck sei voll. Was, schon wieder? Ja, man merkt schon, dass wir halt wirklich langsam aufs Ende kommen. Wir haben alles gekauft, was wir kaufen konnten. Irgendwas für Evie. So, hier haben wir noch einige Sachen zu holen. Ähm. Aber hier wäre jetzt auch noch eine Quest noch, ne? Gehen wir jetzt zuerst die Sachen holen und gehen wir jetzt zuerst, ähm, die Quests machen? Das ist die Frage. Ich gehe davon aus, die Quests werden für spät das ganze beenden. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir zuerst die Kisto um. Wir möchten alle nicht, dass es zu Ende geht. Am Ende haben wir dann eh noch die Mission offen. So. Das ist das Sperrgebiet. Darum kümmern wir uns aber auch gleich. Wieder eine Frau. Unglaublich. What? Von wegen? Der Teufel ist... Lol. Sie hat gerade getreten, wer zu ihm hingerannt hat. Er zeigt total auf die andere Richtung. So. Gangquartier. Wo wir uns mal die... Ach, diese... Wie? Fehler, oder? Fehler, oder? Wie? Ich muss schon sagen. Mann, ist das da oben! Was ist los? Ich bin da oben! Wo war mit dir? war es doch dann waren ich habe sie gesehen hier zu nehmen hier ist es ok da oben ja ja Oh, dein Freund hat gewartet, bis du tot bist. So. Jetzt wir in der Kiste drüben, ähm, die holen wir ganz kurz, weil die danach nicht mehr in unserem Gebiet ist. Hallo? Glaube ich. Okay. Okay, die Kiste ist gar nicht drin, wie ich so als dachte. So, hoch. Okay, schauen, sind hier irgendwelche Leute auf dem Däch an? Nein. Nein. Fahne Rooks befreien. Nein, ich lebe noch. Okay, ich dachte, ich bin tot. Okay, das war nicht so perfekt, wirklich. Okay, das ist hier. Das steht auch einer auf dem Dach. Das wird echt eine Herausforderung. Jetzt aber. Ja. Das war's weg. Das war's weg. Da kommt einer. Boah, ich darf wie weiß ich was eigentlich. Ich habe total kacke. Nein. Okay, den haben wir. Oh, was ist denn in der Kiste? Äh, ne, sie muss außen sein. Oh, muss oben sein. Oh, wahrscheinlich hier. Da ist sie, genau. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt die Kiste hole, ist, äh, den töte es hier. Na, komm schon. So, rein mit dir. Hallo? Rein mit dir. Ich will verarschen. Kann ich jetzt rein? Oh, jetzt geht's. Okay. Cool, diese Kiste jetzt. Einen Schock weiter unten ist, ne? Hier, einen Schock weiter oben. Da steht einer. Was haben wir drin? Meister-Asteengürtel, okay. Ich will jetzt mal wundern, ob die Sachen immer am gleichen, immer, immer hier, oh, das drin ist, oder ob das jetzt erst drin ist, weil ich jetzt alles andere habe. So, die Kiste noch. Okay, jetzt haben wir alles geräumt hier, außer den Glitch hier drüben noch. Aber ich würde sagen, dann holen wir uns einfach mal den letzten noch. So. So. Aber jetzt ist es gut. Aktuell steht. Musik Jo, das Viertel haben wir auch wieder unter Kontrolle. Wir gehen noch ganz kurz noch den Helis-Glitch hier holen. Das wird wieder ein Akt der Notwendigkeit sein. Wir sind ganz hoch, wir sind ganz hoch. So und jetzt ist der Helis-Glitch da unten. Was ist das? Ja, war okay. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir lassen es mal so für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und in der nächsten Folge werde ich mir dann noch räumen und danach uns noch auf die Hauptquests stürzen, die gar nicht mehr da ist. Irgendwo gibt es bestimmt nur Hauptquests. Irgendwo muss es weiter gehen. Wir werden es dann sehen. Jedenfalls nicht mehr heute. Ich werde jetzt auch hier meine Aufnahmesession mal beenden. Und wer weiß, vielleicht wird damit aufnehmen. Mal sehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es machen werde. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon, äh, keine Ahnung wieviel Prozent. Irgendwie falsch. Etliches. Sehe ich es hier sogar? Warte mal. Ähm. Hier sehe ich das. Fähigkeit insgesamt turnieren. 800 Prozent. What? Wir haben alle das Ökosystem. Warte mal. Fähigkeiten. Kutschen, die sie fahren, nicht mehr Schaden, allein weniger Schaden. Erfolg freigeschaltet. Wunder des Zeitalters. Sie haben ein neues Level. Eigentlich Level 10. Okay. Sehr schön. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt. Seid schon grüßt in ihr Geld. Was kann man hier für Helix Sachen kaufen? Ähm. Spiel werden erwerben. Helix selbst kaufen. Helix. Helix können zum Kaufen dieses Spiel werden. Ja klar. Schaut euch das mal an. Wir haben gerade mal. 280 Helix gesammelt. Ganz nur Spiel. Und das kleine Geldpaket kostet gerade mal 299. Ja WTF. Also könnte das gleich sein als mit Helix zusammen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.